Hallo zusammen, hier ist wieder Oachila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Erkundungs-Achievement und das finden wir einmal unter Erkunden und dann Battle for Azeroth. Das gute Stück heißt Hex Hex und für dieses müssen wir insgesamt 12 Aufgaben für Yanni in Zandala abschließen. Und wer Yanni nicht kennt, das ist der kleine Dino, der immer auf diesem Müllhaufen hockt. Und ja, bevor wir das machen können, müssen wir ihn aber erstmal freischalten. Wie geht das? Wir haben da sowohl eine Questreihe für die Allianz als auch für die Horde. Und bei der Allianz startet sie quasi hier in diesem Hafen, wo wir auch die War-Campaign einmal als allererstes hinhaben, um nach Voldoom zu kommen. Und hier gibt es eine Quest, wo wir quasi hier eine Quest annehmen müssen. Und dann müssen wir diese ganzen kleinen Dinos hier unboxen. Da seht ihr hier, hier, ich glaube die nippen wir irgendwo da hinten an bei einem Questgeber. Ich glaube bei dem Questgeber nimmt man die an, genau. Und dann müsst ihr, ja, hier diese ganzen Dinos unboxen. Und sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr dahinter zu diesem komischen Müllhaufen und mit dem Werten Yanni quatschen. Und zwar ist der Müllhaufen hier. Da haben wir es. Da werdet ihr für die Quest auch hingeschickt. Dann hat er quasi eure Seele oder irgendwas quasi gefangen, dass ihr hier nicht mehr wegkommt. Und ihr müsst dann eine Aufgabe für ihn absolvieren. Und die Aufgabe ist quasi, diesen Rüstmeister, der euch die ursprüngliche Quest gegeben hat, sein Volk hier quasi auszurotten. Oder, ja, die zumindest hier von der Basis zu vertreiben. Den müsst ihr dann einmal beißen. Und zwar ist der dann wieder da hinten. Also sprich, ihr müsst mit diesem kleinen Dino dahinter gehen und ihn beißen. Dann gibt es ab. Und dann habt ihr als Allianzler diese Haufen freigeschalten. Könnt die Missionen an den verschiedenen Haufen, die ich euch jetzt dann gleich zeigen will, einmal demonstrieren. Ich habe das jetzt leider als Allianzler schon gemacht mit meinem Char. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber mehr ist es nicht. Als Hordler gibt es die ganz gleiche Aufgabe. Da habe ich mit einem Hordenschal die Quest auch schon gemacht. Und zwar ist die in Dazaalor. Da gibt es hier irgendwo auch einen Quest-NPC. Der gibt euch die Quest. Hau diese kleinen Dinos um. Du haust diese kleinen Dinos um. Danach musst du auch mit diesem Haufen reden. Dann sagt der Jani wieder, hey, der Typ ist böse. Du musst wieder zu dem hinlaufen. Den Typen, der dir vorher die Quest gegeben hat, einmal beißen. Schön den Hintern rein. Und abgeben. Dann hast du die Quest-Reihe auch bei der Horde dementsprechend abgeschlossen. So. Jetzt habt ihr den ersten Step damit. Und jetzt sind quasi einmal die Haufen freigeschalten. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr zu jedem einzelnen Haufen kommt. Und bei den Haufen ist es so, dass ihr, wenn dann direkt eine Quest bei Jani machen müsst, oder ihr müsst quasi ihm ein Item bringen. Dann könnt ihr es einfach abgeben und habt auch den Quest-Vertritt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einen Haufen nach dem anderen an. Schauen, was wir machen müssen. Und ja, am Ende habe ich hoffentlich das Achievement. Und ihr hoffentlich auch. So, dann sind wir am ersten Spot. Und zwar schauen wir mal auf die Karte. Wir sind einmal hier oben bei den Koordinaten 56, 15. Und hier haben wir den Haufen. Der leuchtet jetzt auch schon auf, da ich hier gerade diese Viecher gekillt habe. Und diese Viecher droppen nämlich ein Item. Und zwar das hier. Poliert der Ringhornhuf. So rum. Poliert der Ringhornhuf. Und das können wir quasi hier bei Jani abgeben. Und ja, ihr könnt den Haufen noch vorher anklicken, aber ihr könnt dann das Item nicht abgeben. Wenn ihr nämlich die Viecher gekillt habt, das Item habt, könnt ihr mit ihm quatschen und ihm das glänzende Schmuckstück geben. Und ja, dann gebt ihr euch den Loot. Ihr macht es auf und dann müsste wir hier eins haben. Genau, poliert der Ringhornhuf. Haben wir abgeschlossen. Ich habe schon ein paar andere auch noch, weil ich da schon Quests gemacht habe. Wir werden es uns aber trotzdem angucken. Und jetzt gehen wir zum nächsten Spot. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar brauchen wir hier auch wieder ein Item. Ich bin jetzt hier etwa auf den Koordinaten 46, 46. Wo der Haufen ist, zeige ich euch gleich. Und hier brauchen wir wieder ein Item von den Mobs. Wir haben nämlich hier das hier geladene Rheinshoffühler. Und das bekommen wir von diesen kleinen hässlichen Viechern, die ich jetzt alle ausgerottet habe. Mal gucken, ob wir hier noch welche finden. Äh, nein, nein. Hm, ich hätte vielleicht nicht alle killen sollen. Jetzt schauen wir mal, ob da hinten noch welche sind. Das sind diese kleinen Rollviecher, wo ich mich immer gefragt habe, für was die gut sind, weil man die nicht für eine Quest braucht. Ah, so einen müsst ihr umhauen. Genau. Seht ihr das hässliche Viech? Solche braucht ihr. Und da laufen relativ viele, ähm, hier rum. Und die habe ich jetzt alle zusammengepullt, gekillt. Deswegen sind jetzt leider keine mehr da. Hier unten sind auch noch, nee, das sind die Pflanzen. Die braucht ihr nicht. Also diese kleinen, kleinen Viecher, die ihr da eben gesehen habt. So ein, ähm, nee, also so einen wieder hinten, ne. Die rennen hier eigentlich komplett in dem Gebiet rum, wenn man sie nicht alle komplett zusammenzieht und ausrottet. Ich habe, weiß ich nicht, 10, 20 zusammengezogen und hat's. Also das ist, dauert nicht sonderlich lang. So, das Ding ist hier unten drin, ne. Also einfach hier reinlaufen. Dann können wir wieder draufdrücken. Ähm, können mit ihm quatschen. Geben das ab. Haben wieder eine Kiste. Uh, wir kriegen sogar Gems raus. Das ist ein Haufen Zeug. Und dann müssten wir das nächste haben. Ähm, geladener Reihenzufühler. Das ist das hier. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das nächste an. Wo bin ich denn? Achso, da kann man nicht moven. Da kann man nicht, äh, das Reittier anmachen. Ich dachte, ich bin im Kombit. So, dann sind wir am nächsten Spot angekommen. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 42, 72 hier unten. Und dort haben wir oben auf dem Ruinenplateau hier quasi wieder einen Müllhaufen. Den drücken wir mal an. Und hier ist es jetzt so, dass wir keinen Gegenstand von den NPCs in der Umgebung abgeben müssen. Sondern wir haben tatsächlich eine Quest. Und die machen wir jetzt mal. Äh, okay. Okay. Sagen wir mal, wie wir da vorbeikommen. Die hungrigen Raubtiere dürfen uns nicht sehen. Moment, wir flitzen jetzt mal hinten vorbei. Also jetzt müssen wir einfach zu einem Typen kommen. So eine Jani-Quest kenne ich schon. Aus Zuldersaar. Dahinter müssen wir. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich meine Sprints aufbewahren. Okay. Und jetzt hier hin. Bin schon mal, glaube ich, richtig. Achso. Ah. Anklicken noch. Jetzt haben wir eben irgendwas gestohlen. Und jetzt müssen wir. Okay, jetzt müssen wir die Kochmütze. Schau mal, wir sind ein Raptor oder was das auch immer sein mag. Hier mit so einer Kochmütze auf. Ja gut. Also die Quest war jetzt nicht sonderlich schwierig. Das sind so relativ oft so Quests, wo du irgendwo quasi... Ja, durchstaffen sind sie übertrieben. Aber wo du halt die Mobs verworben musst. Irgendwas besorgen und dann wieder zurück zum Haufen musst. Naja gut. Also, wer hier nicht durchkommt, da weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich von so einem Vogel weggesnackt und war zu überheblich. Okay. Jetzt quatschen wir mit dem Haufen wieder. Geben die Quest ab. Und dann müssten wir wieder eins mehr haben. Jetzt schauen wir mal nach unten. Oh, ich bin jetzt falsch. Und zwar hier. Und das war jetzt hier. Ich kann es nicht aussprechen. Irgendwas Surprise. Sourid à la Surprise. Das ist wahrscheinlich französisch und ich habe es komplett falsch ausgesprochen. Ist aber verdammt egal. Wir gehen jetzt zum nächsten. Das war jetzt nochmal 3. Und da unten ist nochmal 4. Ja, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal hier unten bei den Konternat 50, 58. Und dort müssen wir diese Hyänen töten. Und wenn wir das getan haben, dann müssten wir ein Item kriegen. Und zwar Zäher Rotfelskiefer heißt das. Das habe ich aber jetzt schon abgeschlossen. Ich glaube, wenn man es schon abgeschlossen hat, kann man das Item nicht mehr kriegen. Und wenn man das Item hat, dann geht man einmal hier unter die Brücke. Also sprich, hier sind wir bei der Weggabelung. Und hier unter der Brücke oder der Felsformation, die eine Brücke bildet, ist dann ein Haufen. Den klicken wir an. Und ihr könnt es hier abgeben. Wie gesagt, ich habe das schon fürs Achievement einmal gemacht. Deswegen kann ich es anscheinend nicht nochmal euch jetzt zeigen. Aber einfach ein paar von den hieren unboxen, die hier bei den Teilchen sind. Dann habt ihr es eigentlich auch. Den nächsten Spot, den wir haben, der ist einmal hier in Nasmir. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 43, 75. Und hier sind so ein Haufen von diesen Krokos. Und diese Krokos, die droppen mein Item. Und zwar das hier, Schnapp-Kieferschwanz. Den hatte ich die ganze Zeit schon im Inventar. Und ja, das können wir dann einmal hier abgeben. Mit ihm quatschen. Und wir kriegen dann quasi wieder eine Kiste, in der ich jetzt reingebackt bin. Zack. Kiste eingeheimst. Und dann haben wir hier auch Schnapp-Kieferschwanz abgeschlossen. Und wir können dann zum nächsten gehen. So, dann bin ich am nächsten Spot. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 53, 74. Hier bei den Ruinen. Und dort haben wir wieder so einen Haufen. Und hier ist es aber so, dass man eine Quest machen muss, die ich leider schon abgeschlossen habe. Jetzt sprechen wir mal an. Also hier wird es eigentlich eine Quest geben. Und zwar ist das falscher 50er, die Quest. Und dafür müsst ihr einfach diese Straße entlanglaufen. Da auch wieder so einen Typen, glaube ich, beißen. Ist genauso wie die andere drüben, wo ihr einfach... Ein bisschen was mit diesem kleinen Dino erledigen müsst. Dann wieder zurücklaufen. Quest abschließen. Fertig seid ihr. Und dann habt ihr quasi wieder einen Fortschritt mehr. So, wir sind am nächsten Spot angelangt. Und zwar sind wir hier unten. An den Koordinaten 82, 48. Und dort habe ich gerade einen Haufen Naga und Murlocs umgeboxt. Und habe eine Perle bekommen. Und zwar Faulschuppenperle. Und die brauchen wir nämlich. Wir gehen jetzt nämlich hier ein Stück hinter. Ihr seht ja, das Mark haben wir auch schon. Übrigens, die Tom-Koordinaten poste ich natürlich euch wieder unten in die Videobeschreibung rein. Dann gehen wir hier zu dem Ding her. Sprechen wieder mit Yanni. Und geben die Perle ab. Und haben dementsprechend wieder eins mehr. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, schauen wir zum letzten hier in das Meer. So, angekommen am nächsten Spot sind wir relativ weit oben hier an diesem großen Tempel. Und zwar etwa auf den Koordinaten 70, 33. Und hier habe ich jetzt einen Haufen von diesen Typen umgeboxt. Die haben mir nämlich was gedroppt. Und zwar das Relikt von Natsvatar. So ist glaube ich auch der Tempel, oder? Natsvatar. Wahrscheinlich habe ich es wieder falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall müssen wir die Typen unboxen. Nach, ja, ich habe die alle hier zusammengezogen. Und dann habe ich es quasi gedroppt bekommen. Es geht relativ zügig. Und das müssen wir jetzt wieder zu unserem Haufen bringen. Der ist hier unten. Wenn wir das Item haben, wird er immer gemarkt, ne? Da gehen wir einmal hin. Wir sind jetzt hier genau auf den Koordinaten 68, 32. Und das geben wir einfach hier ab. Beim guten Yanni. Das haben wir. Und dann heimsen wir uns einen Schatz ein. Und wir haben wieder eins mehr. Und ich brauche jetzt sogar nur noch zwei Stück insgesamt. Ich würde sagen, wir gehen nach Zuldersal rüber. Dann sind wir jetzt in Zuldersal angekommen. Und zwar am ersten Spot hier bei 61, 46, so rum. Und zwar ist hier unten, ganz in der Nähe von der Hauptstadt Dersalor, ein Haufen. Und da müssen wir einmal draufdrücken. Denn hier gibt es eine Quest. Und zwar werden wir wieder so ein kleiner Dino. Ja, dann geben wir ihm mal ein paar mit. Einmal dann draufhauen. Ich glaube, so kann man nicht draufhauen. Man muss quasi mit der... Habe ich jetzt eben mit der Sprintfähigkeit draufgehauen? Ah doch, ich muss einfach nur links klicken. Dann kann ich einmal hitten. Okay, und ein drittes Mal müssen wir auch noch... Ah, mit der Sprintfähigkeit müssen wir da raus. Okay, und jetzt müssen wir seinen Hut klauen. Zack, da haben wir den Hut einmal genutzt. Und jetzt müssen wir den wieder abgeben, dann müssten wir fertig sein. So, Quest abgeben. Und dann haben wir wieder einen mehr abgeschlossen. Und ich brauche jetzt sogar nur noch einen einzigen. Aber ich werde euch die anderen selbstverständlich auch noch zeigen. Und ich laufe jetzt schon mal zum nächsten weiter. So, am nächsten Spot angelangt sind wir einmal hier oben. Und zwar bei 71, 41. Und hier, ja, haben wir einen Haufen so Ravosaurus-Viecher. Die müssen wir einfach killen. Dann bekommen wir ein goldenes Ravosaurus-Ei. Und das können wir dann hier wieder bei Jani abgeben. Das hatte ich beim Quest in China schon gemacht. Das ist das hier oben. Goldenes Ravosaurus-Ei. Und ja, einfach wieder quasi ein Drop-Item. Ich zeige euch nochmal die Karte. Hier oben sind diese ganzen Ravosaurus. Die könnt ihr quasi umhauen. Dann haben wir den nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal hier oben bei den Koordinaten 66, 16. Und hier haben wir wieder eine Quest, die wir machen müssen. Die habe ich aber ebenfalls schon erledigt. Da müsst ihr einfach auch wieder mit so einem kleinen Ravosaurus rumlaufen. Ja, ist nicht sonderlich kompliziert, so wie die anderen Quests dementsprechend auch. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal zum letzten noch hin. Dann sind wir jetzt am letzten Spot angekommen. Und zwar ist der hier unten bei den Koordinaten 62, 20. Und bevor wir da hingehen können, brauchen wir aber hier von den Vipern ein Item. Befieder der Viper, Befieder der Viper, Befieder der Viper, Viper Schuppe. Boah, darf ich es noch rausbringen. Es ist schon spät, Leute. Es ist schon spät. Und zwar müssen wir das jetzt einmal zurückbringen zu dem Haufen, der sich hier hinten befindet. Da haben wir ihn. Und wenn wir das einsetzen, können wir das einmal abgeben gehen. Schatz, können wir einmal looten. Und tada, da ploppt das Achievement auf. Und ja, damit bin ich mit allen fertig. Beziehungsweise ihr dürftet, wenn ihr es nachgespielt habt, quasi auch alle haben. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.